«The Man in Red» Auf was dürfen wir uns freuen? Ja, auf etwas, auf Werbung 3.0 Rob, wir haben jetzt gerade eine fulminante Präsentation gehabt. Wie kurz zu deinem Outfit? Warum rot? Warum rot? Weil rot ist funktiv in Kombination mit blau. Lob dem Rob. Ein LOL dem Rob. Genau, kurz erklärt, was war der Insight? Viele Menschen sind erschöpft bei der Arbeit. Und wir müssen da irgendwie handeln. Und jetzt deine Idee, die Kampagne, die du präsentiert hast? Auch die Kampagne ist eine sehr disruptive Kampagne. Weil wir haben versucht, neue Wege zu gehen beim Thema mentale Gesundheit. Da gibt es ganz neue Plakate und Kampagnen draussen, die meines Erachtens zu wenig bewegen. Und wir haben uns etwas überlegt, was instantly greift und versucht, die Stimmung zu heben. Und zwar in den KMUs, bestenfalls in den Offices. Und da haben wir den Chief LOL Officer erfunden. Und was waren so die Feedbacks? Wir haben sehr gute Feedbacks. Aber klar, auch sehr disruptiv und polarisierend. Von ich finde es scheiße, ich finde es super. Aber es hat etwas bewegt bei den Menschen in den Köpfen. Und wir sind schon gespannt, wie es weitergeht. Wurscht? Ja, alles gut. Ja, alles gut. Und wir haben einen richtigen Tag mit dem Thema! Eine lange Zeit! Ich glaube, es ist der Grund, was man weiß, was man weiß, dass es ihr nicht so richtig fühlt. Und dann haben uns damit auch noch einen Aufwand gemacht. Und das ist ein paar Einstisch. Und das? Und da ist so. Und das ist das.